Der Cayman GT4 in einer sensationellen Farbkombination. Ein Mix aus Hochglanz und Matt wechselt sich ab. Stefan hat zu mir gesagt, der Wagen ist gerade mal eine Stunde im Netz und du hast schon ganz viele Anfragen. Ist das eine coole Farbkombi? Das ist durchaus eine coole Farbkombi. Er ist klassisch ganz schwarz, sieht auch dementsprechend ein bisschen böser im Auftritt aus und hat dann halt diese Akzentteile in dem Gelb. Das ist eigentlich schon ganz schön, also innen drin. Hat auch den großen Sportsitzer da drin, er hat das Clubsportpaket da drin und hat die große Bremsanlage drauf, ein Keramikkomposit und ist auch sonst von der Ausstattung recht schön. Und das ist übrigens auch kein Detail, wo man darüber streiten könnte, wenn man das Geld hat und sich so eine Keramikbremsanlage leistet, hat man noch mal mehr Leistung als Porsche eh schon ab Werk anbietet. Denn ich glaube auch, die Originalbremsanlage ist erhaben über allem. Das heißt, also was ist denn der Vorteil von der Carbon, von der Keramik? Die hat halt auf Dauer einen besseren Bremspunkt im Endeffekt. Das Ansprechverhalten, wenn die warm ist, die braucht halt Betriebstemperatur. Das ist der einzige, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Knackpunkt, den diese Bremsanlage hat, weil das Auto muss halt bewegt werden und wenn der Betriebstemperatur hat, dann ist das eine Bremse, die sie über jeden Zeit Zweifel haben. Fading? Hat die Fading? Ne. Also Fading hat eine Bremse irgendwann immer mal, klar, aber nicht in dem Maß wie eine normale Stahlbremsanlage. So, Cayman, Leute, die sich nicht gut auskennen mit Porsche, würden sagen, also mein Sohn würde sagen, dass hier ist ein 911. Also von der Form her. Hatte die Formsprache von Porsche, echter Porsche? Ja, also diese Porsche DNA ist halt überall drin im Endeffekt und ich habe jetzt hier nebendran gerade ein 11er stehen. Klar, so im ersten Erscheinungsbild gibt es da vielleicht Anleihen, wo man sagt, so ja, könnte auch in die Richtung gehen, ist aber doch ein eigenständiges Auto komplett. Ja, ich sage nur, denn es ist ein 911 Schreck. So wird er von vielen Leuten, die gut fahren können, auch verkauft. Profi-Rennfahrer lieben dieses Auto, weil die Gewichtsverteilung sehr, sehr ausgewogen ist. Du hast, glaube ich, Vorder-Hinterachse 50-50 nahezu identisch. Warum ist das so? Warum macht man das bei Uber nicht? Mittelmotorkonzeption von dem Fahrzeug und das Auto liegt wirklich, also wortwörtlich wie ein Brett auf der Straße. Es ist Wahnsinn. Also super agil, auch so vom Einlenken und so ist es sehr direkt, das Fahrzeug und das macht richtig Spaß. Das sieht man auch auf Trackdays, wo Leute sich ja im Endeffekt ja auch leisten könnten, mit dem 11er rumzufahren. Und die tun es dann trotzdem mit dem GT4 einfach, weil er schärfer reagiert, weil er halt wirklich skalpellartig fährt. Das heißt, er setzt alles exakt um? Genau, er setzt alles exakt um und kann das auch. Ist die Lenkung elektrisch schon eigentlich oder ist da noch eine Verbindung nach vorne? Weißt du das? Nee, das ist noch mechanisch, das Ganze. Okay, wahrscheinlich unterstützt, GT4. So, ich, du, ich habe ja keine Ahnung, es ist ja so, wenn ich hier so ein Auto kaufe, es gibt ja eine riesen Fangemeinde, Cayman, also gerade GT4, es gibt keine mehr. Also wie kann man sagen, also der, die Nachfrage ist unter anderem deswegen so groß, weil Porsche den Vertrieb von dem GT4 eingestellt hat, zugunsten von was? Von dem RS. Also GT4 RS ist jetzt praktisch der Nachfolger, der uns aber dann halt in homöopathischen Mengen halt nur zugeteilt wird. Und da gibt es halt viele Fahrzeuge von dem RS. Und der RS ist auch wirklich ein absoluter Racer. Also das ist jetzt hier in dem Bereich mit dem GT4 kann ich jetzt auch noch Brötchen kaufen gehen. Mit dem RS ist das halt schon wieder so ein Thema, wo man sagt, okay, das ist wirklich ein Auto für die Strecke, für den Track. Alles, was wir sehen, kam so von Porsche original? Genau, alles, was wir hier sehen, kam original so von Porsche. Genau. Boah, ist das echt ein Schwarz, sieht der gut aus? Ja, ist wirklich schön, das Auto. Muss man wirklich sagen. Magst du mal ein Stück vorfahren? Ja. So, vielleicht so ungefähr auf der Höhe von dem 11er in der Mitte. Ja, gerne. Dann vielleicht ein bisschen mehr auch an ihn ran, an den roten, ein kleines bisschen. Dann kriege ich ihn mal frei. Was hat der für Motor? Auch einen 4 Liter? 4 Liter Sauger. 4 Liter Sauger. Mit 420 PS. So, 420 PS, Sauger, Sechskilinder, also so einen ähnlichen Motor hatte ich mal. Ich glaube... Boah, war das ein Auftritt. Darf ich dir mal ein Kompliment machen, Stefan? Du, du und das Auto, ihr passt gut zusammen. Finde ich auch, sagt er. Komm mal gerade zu mir. Guckt mal hier durch die Kamera durch. Und ich meine, nichts gegen den gelben, den wir eben gefilmt haben. Aber sieht das nicht aus wie original? Wie heißt das eine Rennspiel? GTA? Gran Turismo, GTA, ja, da gibt es ja vieles in der Richtung. Aber das ist wirklich, das passt, das Auto. Dafür ist das geschaffen, für sowas. Das ist wirklich toll. Also, weil bei schwarz kommen auch so die Konturen irgendwie, finde ich, noch besser raus. Also, sieht auch echt böse aus, das Auto. Und hat einen Mod-Sound. Habt ihr viele Frauen, die kaufen? In dem Bereich eigentlich weniger. Warum ist das so? Auch, aber ja, weil es halt nicht so komfortorientiert ist, wie auch ein Porsche sein kann. Also, es ist halt hier einfach anders. Das ist halt wirklich Motorsport. Es gibt ja keinen GT4 mit Aufstelldach, oder? Nee, nee. Also, das ist eine Option, die es bei dem Auto nicht gibt. Okay, ich frage nur. Weil ich hatte bisher keins gesehen und dachte mir immer, vielleicht haben sie es rauskonfiguriert oder so. Also, die Alternative wäre dann halt ein Boxer, da kann ich das ganze Dach dann halt dementsprechend runter machen. Aber Cayman gibt es nicht mit Schiebedach. Okay. Bedeutet, also, ich habe hier ein Mittelmotorkonzept. Ich habe Heckantrieb. Ich habe alle Steuerungsmechanismen, die ich auch im 911 kriege. Das heißt, also, Spurstabilität, Abstandstempomat, gibt es sowas? Gibt es auch, Abstandsregel-Tempomat. Was er jetzt hier nicht hätte, jetzt im Vergleich zum Porsche, ist das InnoDrive zum Beispiel. InnoDrive, was ist das? InnoDrive ist praktisch nochmal ein Tempomat, der praktisch dann inklusive Kartografie reagiert. So, im Voraus. Genau, wo im Voraus dann schaut, was dann halt für Beschränkungen kommen. Das hätte er jetzt halt hier in dem Fall nicht. Aber ansonsten ist das Auto halt Porsche-like aufgesetzt. So, wir fahren gleich eine 911, war ja 1980, Baureihe, was ist das? Das ist ein 930-Turbo, ist ein G-Modell. Ein 930-Turbo-G-Modell. Genau, richtig, ein Viergang-Schalter noch mit 300 PS. Hat der Cayman hier das Zeug, so ein Kult zu werden wie der, man weiß es nicht, oder? Ja, man weiß ja aktuell nicht, wohin die Entwicklung sich drehen wird. Also, klar, diese Fanbase von Verbrennerfahrern ist einfach gegeben. Wir merken das ja momentan auch bei der Nachfragesituation, weil die Kunden jetzt halt merken, das Auto wird nicht mehr produziert, das gibt es nicht mehr. Dementsprechend ist die Nachfrage nach Gebrauchten hoch. Und wenn das jetzt Autos sind, die vom Zustand her gut sind, dann laufen die auch sehr gut im Markt. Ich habe eins gelernt, GT4, da gibt es ja noch Touring. Ist das hier in Touring? Nee, das ist kein, den gibt es nicht als Touring. Also GT3 gibt es als Touring, als GT3 mit Flügel und Touring ohne Flügel, das gibt es auch beim GT4 nicht. Der hat aber diesen Überrollkäfig immer. Ist das Serie? Nee, der ist Option. Mach bitte hinten auf, ist ja mal so lieb. So, und das heißt, der Spoiler hat zwei Spoiler. Ich hatte eben an dem gelben, konntest du viele Sachen viel besser sehen. Ja, das kann man hier jetzt, ja, nicht so direkt. Aber das ist hier auch wieder Wasser und Öl zum Nachfüllen, diese zwei Deckel hier rechts, links. Das ist alles. Ja, das ist alles. Und ansonsten vom Motor siehst du halt jetzt hier nicht viel. So, du hast Stauraum, du kannst flache Sachen hier hinlegen, hier hinten kannst du Kofferpaket oder Sachen mitnehmen. Ist jetzt vielleicht nicht der beste Umzugswagen, aber dafür ist er auch nicht gebaut. Und die Konzeption, also Umzugswagen gibt es ja Kastenfahrzeuge, gibt es ja andere Autos für. Ist das ein Auto, kann ich das im Alltag, als Alltagsauto? Es gibt sicherlich Kunden, die das machen und den als Daily Driver fahren, aber die Regel ist, ja, vielleicht ist er dann dafür doch zu spitz konfiguriert. Also, was denkst du, ist das hier eine Wertanlage unter anderem, so ein GT4? Gehe ich fest von aus. Also davon gehe ich fest aus, weil das Auto halt nicht stagniert. Momentan zeigt der einzige Weg nach oben, also vom Preis, von der Preisspirale, weil halt einfach auch relativ wenige Autos im Markt sind. Das ist jetzt nicht so, dass das Auto häufig vorhanden ist. Sag mal, ihr seid ja jetzt Porsche-Zentrum. Ihr könntet doch einfach sagen, hier, komm, wir bestellen nochmal 100 Stück. Wo ist denn das Problem gewesen? Wir würden sie a, nicht bekommen und b, würden sie nicht mehr produziert werden. Also selbst, die waren sowieso, die wurden zugeteilt, kann man das sagen? Ja, also es gab Quotenvergabe von Porsche, es ist ja immer eine Quotenvergabe. Und wenn die Quoten vergeben sind, dann gibt es halt keine Autos mehr. Und die waren halt auch beschränkt. Es gab also jetzt nicht unermesslich viele Quoten von GT4s. Also ich muss das nur verstehen. Ich komme ja, also die Porsche-Liebhaber, wenn sie sich jetzt totlachen, werden sagen, wissen wir doch schon alle, es gibt Quoten, die Autos gibt es kaum. Und das hier ist ein extrem rares Produkt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das spiegelt natürlich auch die Nachfrage immer wieder. Und die Preise kommen ja auch von irgendwo her. Wenn ich sehe, das Auto kostet jetzt knapp 145.000 Euro, das ist ja schon eine Hausnummer. 149.900. Ja, genau, richtig. Also knapp 150. Das ist ja schon eine Hausnummer. Also den hätte ich auch vielleicht noch so konfigurieren können, wenn es ihn noch gäbe. Es gibt ihn aber halt nicht mehr. Und deshalb zahlen wir auch schon im Einstand recht viel Geld für die Fahrzeuge. So, bedeutet, der hat jetzt, was hat der für ein Baujahr? Ich gucke mal gerade. Das ist ein 14.06.22. Das heißt, der hat noch über ein Jahr, der hat zwei Jahre Werksgarantie, wenn er kommt? Genau. Stefan, wenn du kurz zu mir kommst, sei mal so nett. Dass wir ihn noch mal schauen von der Form. Es gibt keine Notsitze, oder? Hier bei dem? Nee, weil er hat ja ein reiner Zweisitzer, so ein Cayman und auch der Boxster auch, weil danach direkt halt die Spritzwand kommt für den Motor. Da muss man auch gucken. Also wenn man jetzt sehr große Fahrer hätte, ich sage mal über 1,90, wird es dann auch teilweise von der Sitzposition halt schwierig, weil ich halt nicht mehr auf die Rückbank praktisch so zugreifen kann. Also indem ich jetzt den Vordersitz ganz nach hinten schiebe. Ich habe gerade überlegt, ob ich das als Startbild nehme, weil ich habe früher immer bei den Spielzeugautos, den Sukis, kennst du den hinten, immer aufgemacht und die Heckklappe als Spoiler verwendet. Die Sikus. Sikus. Suki, habe ich Suki gesagt. Die Sukis. Die Sikus wurden, glaube ich, noch in Deutschland gebaut. Die Sukis wurden wahrscheinlich in China gebaut. Wenn es die gäbe. Wenn du mal hier durch die Kamera guckst, guck mal hier aufs Display. Ist das nicht ein Kleinod? Ja, das ist wirklich ein sehr hübsches Auto. Das ist wirklich gut. Ich glaube, wir haben jetzt genug darüber gesagt, dass der Wagen schön ist. Full-LED hat er. Ja, hat er auch. Kurvenlicht sowieso. Ja. Hat er Matrix? Ich frage mal, gibt es das bei Porsche? Ja, gibt es. Hat er jetzt, glaube ich, in dem Fall nicht drin. Braucht man das unbedingt beim GT4? Ja, das ist halt die Frage. Klar, ich meine, du kannst natürlich alles immer konfigurieren, zusammenbauen. Das ist halt immer die Frage, was der Vorbesitzer haben wollte, so gesehen. Wie der sich den Wagen konfiguriert hat. So, kommen wir mal auf das Thema Gewährleistung. Man kauft ja so ein Produkt bei euch mit Gewährleistung. Ihr geht voll in die Haftung rein. Teilweise habt ihr noch vom Werk Garantie. Der hat noch Werksgarantie? Der hat noch Werksgarantie. Also er ist ja von 6,22. Dementsprechend wird er jetzt noch bis 6,24 noch in der Werksgarantie. Großes Thema Approved. Am Anfang hast du viel gelernt über Approved seit dem letzten Video. Das wissen wir mal wieder. Und was ist Approved? Das ist, glaube ich, eine Geschichte, die gibt es im deutschen Fahrzeughandeln nicht so oft, oder? Das ist eine Fast-Werksgarantie. Also vom Umfang her nicht. Das ist, wie gesagt, wie fast eine Werksgarantie. Kann ich abschließen bis 200.000 Kilometer. Und die ist zwar im ersten Step so, wenn man so denkt, die kaufe ich mir jetzt, fühlt sich das teuer an. Aber der Leistungsumfang davon, der ist so toll, dass sich das sehr schnell relativiert. Also wenn ich da wirklich mal was am Auto dran habe, bin ich froh, wenn ich Approved habe. Weil es gibt auch Kunden, die kaufen Autos teilweise beim freien Markt und haben dann halt das Problem, dass sie dort die Approved nicht abschließen können. Und dann entsteht dann nachher bei technischen Problemen das Problem, dass es halt sehr teuer wird. Also sprich, ein Navi zum Beispiel allein, wenn das schon ein älteres Baujahr ist. Ich habe zum Beispiel Approved, das heißt, man könnte theoretisch aus Jahr 2005 noch einen Approved haben. Geht das theoretisch? Würde gehen, wäre 15, 18, wird schon knapp. 2005 wird knapp. Dann geht das Navi zum Beispiel kaputt, dann kriege ich ein neues. Genau, also was dann halt dementsprechend, also nicht dem Verschleiß unterliegt. Das Navigationsgerät ja in der Regel nicht. Die CD, die da noch damals drin wäre, ja, aber das Gerät an sich nicht. Okay, verstehe. Also da gibt es genaue Regeln, die kann man nachlesen. Wir wollen ja jetzt nicht zu viel versprechen. Ist es so, der ist jetzt konfiguriert, hat er das Wichtigste drin? Ja, ich glaube, der hat mehr als das Wichtigste drin. Das ist ja auch, wie gesagt, immer eine Sache, wie der nächste Käufer es empfindet. Der eine sagt, oh, der ist ja voll, der hat ja viel zu viel an Ausstattung. Andere sagen, ja, könnte mehr sein. Wobei, hier ist jetzt wirklich schon relativ voll. Also er hat die großen Sitze, hat die... Zeig mal bitte die Sitze, dass wir die mal sehen. Die großen, was heißt die, die sind jetzt größer als die anderen? Die haben halt im Endeffekt hier mehr Motorsport-Attribute. Das ist halt jetzt im Endeffekt hier Sichtcarbon, dann habe ich hier die Sitzhöhenverstellung. Der ist halt wirklich, also ist ein Race-Sitz. Das ist das im Endeffekt. Den kriege ich auch mit einem normalen Sport-Basis-Sitz. Aber das ist jetzt hier halt schon der dollere. Den gibt es auch optional mit 4-Punkt, 3-Punkt, 5-Punkt. Genau, gehe ich noch alternativ mit dem Sport-Hosenträgergurt, so nennt man es ja, hat er jetzt nicht. Er hat jetzt also den normalen Gurt, den 3-Punkt. Wie kommen wir da rein? Einfach reinsetzen? Einfach reinsetzen, einfach wieder raussteigen. Mach mal. Hier, da. Du bist um 1,90 Meter fast. Aber man fällt schon ein bisschen tief, oder? Ja, man fällt halt in den Sportwagen. In die Höhle. Das, was ich cool finde, ist, du kommst übrigens rein in das Auto. Das heißt, die Türen öffnen weit. Klar. Du kommst auch relativ komfortabel rein und raus. Ist das ein Argument manchmal bei Kunden, die probieren, ob sie reinkommen? Joa, teilweise schon nicht. Ich meine, klar, man sollte jetzt nicht völlig... Es gibt ja andere Sportwagen, ich will da jetzt kein Land nennen, wo die herkommen. Wo die Leute echte Probleme haben. A, von der Länge. Das ist ja, glaube ich, bei Porsche immer so ein Thema. Ich glaube, bis fast 2 Meter geht jeder Porsche, oder? Passt normalerweise, ja. Also selbst wenn man jetzt so größere Personen hat. Hier ist, wie gesagt, hier ist die Reglementierung nur durch diese Spritzwand, die ich hinten habe, hinterm Sitz, dass man dann vielleicht den Sitz nicht weit genug nach hinten bekommt. Aber ich sitze jetzt hier einwandfrei. Also für mich ist das überhaupt kein Problem, weil ich auch für den Fußraum genügend Platz habe. Und was kann ich an dem Sitz einstellen in der Werkstatt? Also ich kann jetzt hier eigentlich nur im ersten Step hier die Höhe verstellen. Damit ändert sich auch die Neigung vom Sitz. Der ist also dann diagonal laufend. Und ansonsten war es das. War es das. Ihr könnt ja in der Werkstatt noch was einstellen, oder ist der fix? Der ist eigentlich fix. Der hat hier seitlich noch diese Aufnahmepunkte, wo ich ihn immer verstellen kann. Kriege ich aber hier jetzt so nicht hin. Und wie ist das Feeling da drin? Super. Handschuh? Ja, also wirklich. Also er ist nicht zu einengt. Das ist aber auch immer abhängig von der Körperstatur. Aber das ist wunderbar. Aber wenn ich hier jetzt fünf Stunden mit fahre, ist das so wie mit der Saarbahn auf dem Notsitz? Oder von Polzauung? Es ist deutlich komfortabler, aber es ist halt schon, es ist ein Sportwagen. Das ist auch laut innen drin jetzt im Verhältnis. Der 11er ist also anders gekapselt. Wenn ich jetzt einen 11er fahre, einen Carrera, Carrera 4, dann ist der schon, oder ein S, dann sind die halt leiser innen drin. Aber das ist ja hier auch gewollt, dass das mehr nach Motorsport klingt. Das heißt, ich brauche keinen Soundprozessor für... Nö, bei 4 Liter Hubraum brauche ich keinen Soundprozessor. Das macht der wirklich echt. Ich habe gerade einen Soundprozessor, den mache ich meistens aus. Am Anfang war das lustig, aber das heißt, alle Geräusche, die rauskommen, sind echt. Das sind Geräusche, die er auch wirklich macht, ja. Schön, steck mal aus. Warte kurz. Ich muss das mal filmen. So, der Beweis, 1,90 Meter, kein Problem. Denn viele fragen sich, komme ich da rein? Es gibt ja immer, Leute werden immer größer, sieht man ja bei dir. Da werden auch kleiner, auch kleine Leute passen rein? Auch das, ja. Ich kann den Sitz ja, wie gesagt, weiter nach vorne verbringen. Also das ist kein Problem. So, dann zeigen wir mal bitte deinen Arbeitsbereich. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt so ein langes Video machen, weil wahrscheinlich wirst du mich gleich anrufen und sagen, bitte reinschreiben, verkauft. Das ist schon... Ja, die Möglichkeit besteht, natürlich. Aber fragt am besten nochmal an, also wenn ihr das Video seht, du kriegst ja laufend Autos rein. Kriegst du GT4s schon mal ab und zu? Ja, wie gesagt, da ist jetzt einer. Also den haben wir jetzt bekommen Anfang der Woche. Dann wird der einmal aufbereitet, wird vom Gutachter begutachtet im Vorfeld. Und dann ist der relativ schnell in der Ausstellung. Ich glaube, in der Aufbereitung steht noch einer, oder? Ja, wir haben noch einen im Zulauf. Aber das Thema ist halt immer, die meisten Autos, der da, wie gesagt, hat 6.800 Kilometer. Ist das viel? Für ein Auto ist das so gesehen recht wenig. Ich meine, das ist natürlich immer die Frage, wenn ich jetzt 7.000 Kilometer rein auf Rennstrecke gefahren wäre. Das könnt ihr aber sehen. Ihr könnt sehen. Das könnt ihr aber sehen, ja, klar, logisch. Aber bei ihm ist es jetzt nicht so, dass er jetzt großartig Kampfspuren hat. Also irgendwelche Überdreher oder alles, das würdet ihr sehen beim Zurückschalten. Das würden wir auslesen. Das ist so. Das Ganze ist ein System, das muss man verstehen bei Porsche. Porsche baut Autos ja als ein Gesamtkunstwerk. Das heißt, wenn die kommen, sind die perfekt aufeinander abgestimmt. Das ist auch der Grund, warum die Approved-Garantie, und du kannst mich korrigieren, nur dann gilt, wenn der Porsche zu 100% original ist. Genau. Also ich kann da schon noch was machen an dem Fahrzeug. Aber es ist halt so, dass es ein ganz enges Korsett ist. Also es muss auch im Endeffekt dann von Porsche abgesegnet oder vertrieben werden. Oder beides im Optimalfall. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und habe jetzt, bei dem Auto wäre das jetzt nicht der Fall, aber wenn ich jetzt einen 911er hätte, ohne Klappenauspuff. Und ich sage, ich hätte jetzt gerne aber den Klappenauspuff, wo ich dann halt wirklich über Klappe steuern kann, über Knopfdruck, oder hier über meinen Drehknopf, wo ich einstellen kann, dass der Wagen jetzt Klappensteuerung hat, dann kann ich mir das bei Porsche nachrüsten lassen. Das geht. Da hat er auch wieder... Wenn ich das aber jetzt von einem Zubehörhersteller mache, da gibt es ja mehrere, dann ist es halt nicht mehr abgesegnet. So, ihr seid ja in der Original-Werkstatt. Zugelassener Porsche-Vertragshändler, Kategorie 4 sogar. Das Ganze auch nicht erst seit gestern, sondern ihr seid länger. Das bedeutet, all das kriege ich mit dazu. Ich bekomme das Auto mit voller Garantie, mit Einweisungen, mit so. Und du sagst, der steht eigentlich, wie er hier steht, einem neuen in nichts nach. Im Gegenteil, alle Kinderkrankheiten, die er vielleicht mal gehabt haben könnte, die werden abgeregelt. Der steht auch, wie du sagst, der steht auch hier. Das ist halt an sich schon ein Riesenvorteil. Weil wenn ich jetzt, eingenommen, ich könnte jetzt wirklich so ein Auto bestellen, hätte ich in der Regel dann eine Lieferfrist gehabt von über einem Jahr. Und viele Kunden sagen halt, also wenn, dann hätte ich ihn jetzt gerne. Ist das ein guter Zeitpunkt jetzt, Februar? Ja, ich meine, jetzt geht natürlich das Frühjahrsgeschäft los. Ich meine, wenn ich jetzt so ein Auto suche für die kommende Saison, ist das natürlich jetzt der ideale Zeitpunkt, weil ich jetzt einen habe oder zwei. Wenn es jetzt nachher dann so ist, dass die Nachfragesituation anzieht, und das ist dann immer schlagartig, sobald die Sonne rauskommt, und es ist irgendwie 17, 18 Grad. Ist das immer noch so? Total, ja. Bei Porsche ganz extrem. Und die Carbio ist dann auch umso mehr? Auch das, ja, logisch. Also die Cabrios, die jetzt momentan da stehen, die stehen jetzt halt momentan da, weil wir genau wissen, dass die nächste Saison ja beginnt. Und dann geht es halt los. Also, wie soll man den nennen, den hier? Der schwarze GT4? Der schwarze GT4. Der schwarze GT4. Am 28. Februar 2023. Heute übrigens ein, was haben wir heute, Montag? Ja, nicht ganz. Nicht ganz? Dienstag. So, am Dienstag. Morgen ist übrigens 1. März. Und es geht dann langsam los. Stefan, kommen wir zu mir. Bitte. Und jetzt darfst du mal ein bisschen Wärmung für dich machen. Du bist einer von vielen engagierten Verkäufern im Porsche-Zentrum Saarland. Du lebst auch diesen Job, fährst selber Porsche. Ja. Und du hast mir mal eins verraten. Du bist endlich angekommen, hast du zu mir mal irgendwann gesagt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe lange woanders gearbeitet, wie wir beide wissen. Auch mit Einsatz und Freude. Aber das ist jetzt natürlich das. Ja, da gibt es jetzt, glaube ich, keine Steigerungen mehr. Nee, nicht, glaube ich. Es gibt keine Steigerungen mehr. Also, es ist definitiv. Ist das Thema Schulung bei Porsche gut? Fährt ihr gut? Ja, ja. Wir werden also oft geschult. Und das auch über längere Zeit. Aber es ist halt auch vom Themenkomplex ist es halt schon umfangreich bei Porsche. Weil halt sehr vieles auf Technik bezogen ist. Aber es ist auch ein sehr spannendes, interessantes Feld. Sag mal, als du das erste Mal einen Porsche konfiguriert hast, neu. Weil ihr dürft ja neu und gebrauchtwagen alle verkaufen in allen Bereichen. Das ist schon eine anstrengende Aufgabe. Also, ich habe mal versucht, ein Actros, kennst du, von Mercedes, zu konfigurieren. Dann hat das Tool anschließend abgebrochen, weil gesagt hat, das, was du da willst, geht nicht. Ist das, ich sage mal, da braucht man viel Feingefühl. Weil es gibt so viele Optionen. Das geht alles online. Das geht alles online. Das kann man also auch alles wirklich gut sehen. Weil wir haben ja einen Online-Konfigurator, der auch wirklich funktioniert. Und dir dann auch zeigt, das ist auch jetzt bei diesen Sonderfarben, die wir ja haben, ist es auch diese Farbe nach Wunsch. Ist ja auch so, dass die vorher halt nicht so visualisiert wurden. Da war es immer schwierig, wenn du dann so ein kleines Blechkärtchen hast, wo du dem Kunden dann zeigst, so könnte der dann aussehen. Das müssen Sie sich jetzt gesamt vorstellen. Ist halt doof. Aber jetzt, wenn ich es auf dem Bildschirm sehe und sage, ich hätte das Auto gerne in Oak Green, geht das auch. Und ich kriege es dann auch visualisiert. Das ist also schon gut. Ja, ihr seid der Händler, der die meisten Sonderfarben, die ich zumindest kenne. Komm, wir zeigen den mal ganz kurz. Denn wir haben noch ein Video gemacht über ein zweites Fahrzeug. Das ist der, den haben wir uns auch gefilmt. Das ist auch ein Porsche 911, auch ein junger Gebrauchter, so kann man es sagen. Genau, GT3 Touring. GT3 Touring. Und das ist der andere GT4, der noch da ist. Und dann gibt es noch einen dritten. So, sollen wir den mal kurz gucken, ob der schon fertig ist in der Aufbereitung? Ich glaube, der steht noch unten in der Aufbereitung. Der ist, glaube ich, momentan... Was machen wir denn nächstes Mal? Dann müssen wir das nächste Mal. Ich glaube, der ist noch im Zulauf. Also du hast drei GT4 hier. Das ist einmal der hier, den haben wir eben gezeigt. Ausstattung ein bisschen anders. Der hat unter anderem diese tollen Gurte. Genau, der hat noch zusätzlich die Hosenträgergurte. Hat aber die normale Stahlanlage drauf. Also die Bremsanlage ist hier stahl. Ich glaube, allein die Bremsanlage kostet so viel wie einen Kleinwagen, oder? Ja, geht in die Richtung. Vor allem beim Austausch. Dafür hält die aber auch viel länger. Also die ist ja relativ verschleißfrei. Wir diskutieren also hier nicht über, ich sage mal, den Preis von der Bremsanlage, sondern es geht hier darum, das ist quasi ein technisches Kunstwerk, was abgestimmt ist für Liebhaber, die sagen, sie möchten das technisch Machbare. So kann man es definieren, oder? Genau, wenn ich das Optimum haben möchte, dann kaufe ich mir das auch, weil ich es dann einfach brauche oder möchte. Weil ich habe halt eine andere Performance dann nochmal in dieser Bremse drin. Die ist auch größer vom Durchmesser her. Die kühlt auch besser ab. Dementsprechend ist das Fading halt auch nicht so ausgeprägt. Aber ich habe gelernt, die Original-Bremsanlagen sind schon sehr gut. Wahnsinn. Also die Porsche-Bremsanlagen sind an sich schon über jeden Zweifel erhaben. Da gibt es also andere Hersteller, die da deutlich Probleme haben. Das ist bei Porsche also gar nicht der Fall. Weil die halt wirklich auch vom Motorsport konzipiert werden, die Fahrzeuge. Es ist also nicht so, dass man sagt, wir bauen jetzt ein Basisauto, das dann vielleicht auch Motorsport kann. Sondern Porsche fängt an und sagt, wir machen jetzt erstmal Motorsport und danach konzipieren wir runter. Das heißt, das Auto kann das auf jeden Fall. Also die kommen alle quasi Anleihen vom Motorsport. Ja, Stefan, noch einmal die Rufnummer in Saarbrücken bitte. 0681. 988 1657. 988 1657. Das Porsche-Zentrum Saarland. Ende Februar 2023. Der Cayman GT4. Der hier kostet wie viel? Das kostet ja 133 900. Und der andere war bei 149 900. Danke fürs Einschalten. Tschüss, Stefan. Ciao. Tschüss.